Werden diese Woche einpassen? Kommt gerade frisch aus dem Knast. Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben. Aber da gibt es leider ein winziges Problem. Also ich stand da neulich noch nicht. Wieso vergribst du das Schissgeld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Und? Ich suche meinen Heizungsgeld und grabe mich rein ans Geld. Eine super Lösung. Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an. Nee, nicht schon. Ich arbeite ja morgen. Ausliffslehrer. Ach, wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan, können wir uns nochmal treffen? Bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt. Sie sind ein Bruder, Mann. Ich hab nacktmähnliche an hier. Wo ist das Klassenbuch? Am Schrank. Die Selbester! Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem... Unterricht hat angefangen! ...ein Problem mehr. Oh mein Gott, das ist dunkel. Ah, ey, das ist Pipki. Das geht vielleicht schnell wieder raus. Sie sind in der Hinsattel. Was macht die nicht? Mach deinen Job. Ich kann Frau Gersow sagen, dass du nur Filme guckst und die Kinder Angst machen. Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf? Und gehen wir hin lang. Gehen wir Fantasia lang. Boah, bitte nicht wieder KZ. Brasse jetzt! Heute waren wir auf einem Ausflug. Ey, bitte nicht aufwecken, Herr Müller, bitte. Dann müsstest du rüber in die Theater AG. Ja, okay, Mann. Aber lassen die die schönes Brustwarze in Ruhe. Julia, du vorziehst, wir ficken. Zack, zack, zeig mal Mapse. Wir schreiben das um, das wird cool. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens. Deine Schülerin weint. Chantal. Ja? Heu leise. Fuck you, Goethe. Weiter rechts. Wir machen jetzt. Ja.